Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Ich finde momentan irgendwie anders. Bro, du musst dir so viel erzählen, wie geht's? Versteht's? Weil ich gerade ein bisschen aufgeräumt und geputzt habe, gibt's jetzt endlich mal nach einem Dreivierteljahr eine richtige Roomtour. Starten wir mal ganz am Eingang. Wenn man hier reinkommt, ist der Gang hinter zur Küche und hier im Eingang ist direkt mein Zimmer. Ich liebe meine ganzen Pflanzen hier. Hier hab ich so ein paar coole Magazine. Bisschen Kunst von mir. Hier hängt Perfection Poster vom Mauerpark. Mein schönes Bett. Hier hab ich auch so ein paar Karten und Bilder und sowas. Ich hab mich immer an meiner Tür so ein Teil hier hingehängt und da ähm Kleiderbügel hin und dann ein paar Zeitungen aufgehängt. Hier auch noch ein bisschen Spacey Art von mir. München! Ich sehe aus, als hatten wir Winter. Es ist echt jetzt richtig frisch geworden schon. Wir waren gerade im Lost Weekend und es war so cool. Wir waren auf einem Open Mic. Meine Anse ist schon richtig rot geworden hier. Übermorgen ist Wiesenanstich. Heute ist Donnerstag und morgen am Freitag kommt hoher Besuch aus Berlin. Erstmal haben die eine Mate mitgenommen. Sie wissen schon Bescheid. Es ist hier mehr Alkohol drin als Essen, ne? Dafür, dass ich keinen Alkohol trinke. Wovon ernährst du dich? Von Luft und Liebe oder was? Das ist hier vom ganzen Stress. Vom Stress. Von deinem Lach ist. Auf zu lachen. Junge, du bist alt. Ja, da der Maestro mit 39 Grad Fieber im Bett liegt und Corona hat, machen wir jetzt auch mal einen Test. Ach du Scheiße. Ich habe jetzt noch mein Gehirn. Tatsächlich kein Corona. Da Nick ja Corona hat und seit zwei Tagen komplett flach liegt, habe ich ihm so eine kleine Tasche gepackt. So ein Smoothie gekauft, da steht Männergriffe drauf. Seine Lieblingskekse, Oreos, damit es schnell geht. Eine Buchstaben-Suppe. Corona-Test, Tempos, Tee. So ein Refreshment-Towel und natürlich ganz viel Obst. Kiwis. Und so eine kleine Karte. Na? I got something for you. Get well soon package. Da hab ich dich ja nicht erwarten. Nein. Wann ist eigentlich so krass kalt geworden? Es ist einfach 10 Uhr und Leo bringt so Essen mit. The best. Veggie. Aber so Beyond Meat oder so aus Gemüse? Also der Burger ist richtig lecker. Hallo. Ich fahr heute mal wieder nach Hause, weil ich mit meiner Mama essen gehe und weil wir zu Hause so ein kleines Atelier haben, wo wir halt total viel Platz haben, um irgendwie Kunst zu machen. Und ich hab mir ein paar Leinwände bestellt und nachmittags dann mit Jess ins Kino in Don't Worry Darling. Medien einfach. Als politisches. Ich hätte jetzt eine ganz gute Überleitung, weil ich auch nicht mehr so viel dazu zu sagen hab. So Nina Schuber und Capital Bra. So mit coolen Ars. Und damit sich da... Dänemark? Ja. Ich hab hier extra so eine Plane bestellt. Meine Mama halt auch. Heute ist diese wunderschöne Leinwand dran. Das ist jetzt erstmal die Base. Und das muss jetzt erstmal extrem lange trocknen, weil es natürlich super flüssig ist. Oh Gott. Okay. Oh yes. Nice. Nice. Okay, jetzt geht's ab. Mutter macht Musik. Hey, das ist great. Ja voll. Ja voll. Nee, da bin ich nicht zu hart. Oh. Es ist jetzt 3 Uhr. Und ich fahr jetzt wieder nach Hause. Leider kann ich die Bilder auch nicht ganz fertig machen, denn die jetzt erstmal trocknen müssen. Und wirklich der Grund komplett trocken sein muss, damit ich halt weiter arbeiten kann. Nee, von 10 bis 20 ist dann wieder wie in so einer Stufe nach oben. Ja. Komm, 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 komm. Aber ich hab einen Führerfasch. Oh wow. Sehr gut. Hättest du doch wahrscheinlich sowieso gemacht. Moin. Ich hab mich ungefähr 7 Monate nicht gemeldet. Nee, Spaß. Also es waren glaube ich 2 Monate. Aber trotzdem. Boah, ich hab einfach doppelte Socken an. Es ist so eng. Ja, es ist halt so eine kleine Gap jetzt hier zwischen dem letzten Clip und dem hier. Aber das ist nicht so schlimm. Ich vlog nämlich jetzt einfach weiter. Ich hab auch super viele Videos verloren, weil ich einfach zu dumm war, die Sachen abzuspeichern. Und hab dann einfach meine SD-Karte formatiert. Und dann war einfach alles weg. Ich zieh mich grad an, weil ich in die Uni fahr. Und ich hab in 5 Minuten Uni. Aber ich bin immer noch zu Hause. Und ich hab einen schönen Pulli abgezogen. Und das coole ist, meine Chucks, die passen voll gut dazu, finde ich. Ehrlich gesagt ist nicht viel passiert, ne. Ich hab das hier neu hingehängt. Das Bild hab ich auch neu gemacht. Und jetzt kommt das größte und das coolste. Tadaa. Mein Bild ist fertig geworden. Ich lieb's. Es ist so groß und schwer und ich lieb's. Ah, schön. Das wird jetzt ausgetauscht mit den Zweien. Und in zwei Tagen geht's wieder nach Berlin. Ich bin so hyped. Oh mein Gott. Ich überlebe mich einfach immer glücklich. Good morning. Es ist soweit. Heute geht's nach Berlin. Ich fahr gleich zum Hauptbahnhof. Ich überleg grad, welchen Schal ich anziehen soll. Ob ich mit dem roten gehe oder mit dem grünen. Ich bin nicht sicher. Wirklich der beste Trick, wenn's einfach arschkalt ist, den Schal so von vorne zu binden. Reinstecken. Hier reinstecken. Und dann hier so hoch machen. Ich lieb richtig meinen Look. Wirklich, diese Schals sind so schön weich. Ich könnte die den ganzen Tag tragen. Und es ist halt auch einfach 100% Bio-Baumwolle. Valerie, good job. Wir sind heute bei Honky. Shoutout geht raus. Warum schon zu sch наверное rüberschen? Zurück genau wirst du jetzt auf die��there? neighboring. Und jetzt zeigt das. Ey! poured mich. Nik hatte ich vorhin sogar auf dem Handy gezeigt. Im Bild. Das ist hunky in realer life. S Audını Señ龍. Louisa hat doch mal Euh. Der hässlichste Mensch in der Nähe! Der neuerste Mensch! Ich habe einfach so ein cooles Raver-Oberteil von Nick bekommen und es wird heute direkt angezogen. Hallo! Heute ist Sonntag und eigentlich war der Plan, dass wir heute Sonntag so um 17 Uhr circa ins Berghain gehen. Und jetzt war es aber gestern so, dass wir die anderen getroffen haben und die wollten spontan gucken, wie lange er im Berghain ist. Spontan einfach mitgefahren und haben uns angestellt. Wir standen dann drei Stunden an und dann sind wir tatsächlich reingekommen. Wir waren dann am Ende nur noch zu dritt, weil wir sind immer mehr gegangen, weil die Batterie halt doch sehr lange war. Zum Glück hatte ich meine Lackhose und Lackjacke an. Ich war dann mit Nick und Maxi drin. Es war irgendwie sehr human! Also ich muss sagen, ich habe es mir viel krasser vorgestellt, weil ich schon viele krasse Dinge in Berlin in anderen Clubs gesehen habe. Es war richtig gut. Das Lichtsystem ist so heftig. Wir waren alle drei nüchtern. Also was Licht ausmacht, finde ich das so krass. Wir waren dann einfach drin und H.P. Baxter war drin, Stefanie Giesinger war drin. Einfach Scooter, Legende, hat die ganze Zeit neben uns geraved. Das war richtig cool. Und die Panorama war es halt irgendwie wie so ein Standard-Club, sag ich mal. Also halt voll, also Elektro, aber so ein bisschen funky. Es ist krass angenehm da drin. Es ist so ein Kompliment am Eingang. Genau, stimmt. Und die Tisch, die haben uns Kompliment gegeben, also den zwei Jungs, weil die haben beide eine Kette angehabt. Und dann hat er so gesagt, ja, habt ihr alle drei eine Kette an? Ah, cool! Ja, habt ihr alle eine Silberkette an. Dann haben wir gelacht und er so, ja, ist cool. Also es ist nicht so ein krasser Bunker-Bunker, so wie ich es mir vorgestellt habe, sondern die Luft ist voll gut. Also es ist jetzt nicht so krass überhitzt und die Musik halt natürlich auch, Hammer. Und auch einfach die Lautstärke finde ich so krass angenehm. Also wir konnten uns so, während wir so geraved haben, so noch relativ normal unterhalten. Also klar, wir waren laut, aber manchmal hörst du ja gar nichts mehr so, wenn du auf dem Rave bist. Und das fand ich richtig angenehm. Also da finde ich es zum Beispiel im Blitz in München zum Beispiel viel lauter. Also ich weiß nicht, ob es nur gestern so war, aber mich stresst es dann auch auf Dauer, wenn es dann so krass in Jorn reingeht. Ja, das war das kleine Berghain-Update. Auf spontan mal reingekommen und ja, unser allererstes Mal von uns allen dreien. Aber war wirklich Hammer. Weg aus Berlin. Also ich habe so viele Magazine gekauft. Unter anderem war ich im Rosa-Wolf-Magazin. Ja, im Shop direkt bei nur 32C und habe da direkt die neue Winterausgabe mitgenommen. Und es sieht mal wieder so geil aus, das Cover. Schon wieder so nice. Ich muss aber meine Sammlung auf meinem Regal erweitern natürlich. Dann habe ich auch einen richtig guten Klassiker. Der Dazed Magazine. Die kommen aus London. Ich liebe auch diesen Style. Das ist genau so mein... Das heißt, Fact. Und ich kannte das einfach nicht. Deswegen habe ich es mitgenommen. Man merkt vielleicht, meine Liebe zum Editorial Design ist sehr groß. Aber das war Magazin Nr. 3. Auch ein Klassiker. Heißt nur Whitey. Die anderen sind richtige Bücher fast schon. Ich liebe das. Das ist so richtig fett und schwer. Wenn mir jemand coole Magazine schenken möchte, immer gerne her damit. Ich bin gespannt. Wenn mir jemand wurde, war ja. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich habe einen Klassiker. Das war's mir XYZ. Dage mir jemanden. Du hast mir immer mehr. Das war's mir nur. Das war's mir immer. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Ich bin so nett. Amen.